Herr Lehrer Jung, keine Zeit. Ich lese. Herr Maske, keine Zeit. Ich spiele Tetris. Was machen wir jetzt? Nichts. Wir tun nichts. Sie sind Lehrer. Sie müssen mich unterhalten. Müssen wir nicht. Bitte sei still. Ich will aber nicht still sein. Setz dich wieder hin. Genau. Sonst fliegst du aus dem Bus. Wohin fahren wir überhaupt? Das ist eine Überraschung. Kein Mensch macht im November Klassenfahrt. Stefan, entspann dich. Nein, ich entspanne mich nicht. Ich will nach Hause. Sei endlich still. Und warum ist er unser Fahrer? Er fährt wie eine Schnecke. Na schön, wie du willst. Wie gefällt dir das? Das gefällt mir sehr gut. Geht es noch schneller? Aber natürlich. Papa, willst du uns umbringen? Warum fragst du? Du fährst, als gäbe es kein Morgen. Es gibt auch kein Morgen. Es gibt nur das Jetzt und Hier. Man lebt nur einmal. Fahren Sie langsamer. Ich flehe Sie an. Sie haben das Zauberwort vergessen. Ich will nicht sterben. Ich bin viel zu jung. Ach bitte, so jung sind Sie auch wieder nicht. Hallo Mama. Ich muss dir etwas sagen. Es geht um Papa. Es geht um seinen Fahrstil. Besser. Wir fahren wieder im Schneckentempo. Sein Fahrstil ist perfekt. Ja, er fährt sehr vorsichtig. Ja, wenn er zu schnell fährt, rufe ich dich an. Ich verspreche es dir. Ihr Spielverderber. Jetzt ist mir wieder langweilig. Du setzt dich sofort hin. Sonst rufe ich deine Mama auch an. Wie lange dauert die Fahrt noch? Noch ein Wort und du fliegst raus. Dauert die Fahrt noch lange? Es reicht. Stefan fliegt raus. Wenn Sie das tun, fliegen Sie von der Schule. Ihr habt recht. Leider. Ich wusste es. Sie sind ein Feigling. Große Klappe, sonst nichts. Respekt, er hat es wirklich getan. Jetzt fliegt er von der Schule. Das war es mir wert. Herr Kollege, träumen Sie schon wieder? Wir können Stefan nicht rauswerfen. Leider. Irgendwann tue ich es. Irgendwann. Sie tun es genau nie. Ach bitte. Das ist nur ein Traum von Ihnen. Ich weiß. Aber es ist ein wunderbarer Traum. Wir sind bald da. In ungefähr fünf. Nur noch fünf Minuten. Das ging aber schnell. Nein, nicht fünf Minuten. Fünf Stunden. Und warum sagen Sie dann bald? Weil ich es lustig finde. Herr Kollege, können Sie dieses Ding fahren? Nein, warum? Ich will den Fahrer rauswerfen. Das können Sie nicht tun. Man wird ja noch träumen dürfen. Fünf Stunden später. Wir sind da. Bitte alle aussteigen. Wo sind wir hier? Gute Frage. Herr Kraft, sind wir wirklich am Ziel? Ja, das sind wir. Und wo genau sind wir? Ich habe keine Ahnung. Kein Problem. Ich hole schnell mein Handy aus dem Bus. Wo ist unser Gepäck? Keine Ahnung. Die Direktorin hat alles eingeladen. Die Direktorin? Hier stimmt etwas nicht. Diese Klassenfahrt wird Sie verändern. Sie werden so viel lernen. Ohne Gepäck, ohne Handys. Und Sie wissen nicht mal, wo Sie sind. Was genau hat die Direktorin gesagt? Sie hat Folgendes gesagt. Sie fahren fünf Stunden bis zu den Bergen. Und dann nochmal fünf Stunden. Bis Sie keinen Menschen mehr sehen. Sind Sie bescheuert? Die Direktorin ist wahnsinnig. Das dachte ich auch. Aber dann sagte sie... Keine Sorge, ich schicke Verstärkung. Verstärkung? Sie weiß nicht mal, wo wir sind. Natürlich weiß sie das. Sie würde mich niemals anlügen. Sie können jederzeit zurückfahren. Falls etwas nicht stimmt. Wie viele Kilometer sind wir gefahren? Ungefähr 800 Kilometer. Und wie viel Treibstoff haben wir noch? Keinen. Der Tank ist leer. Wilde Tiere werden uns fressen. Eine Woche ohne Internet. Einen Moment mal. Niemand weiß, wo wir sind. Wir haben keine Handys. Das stimmt nicht. Sam hatte sein Handy dabei. Simt. Ich habe es vor der Direktorin versteckt. Dein Handy bitte. Warum dürfen wir im Bus keine Handys benutzen? Weil es bei der Klassenfahrt um Menschen geht. Und nicht um Technologie. Mein Handy ist schon im Kofferraum. Lügst du mich an? Das würde ich nie tun. Gut, du kannst einsteigen. Wohin fahren wir? Das ist egal. Wichtig ist nur, dass ihr überlebt. Wie bitte? Überlegt. Dass ihr überlegt, was wichtig ist im Leben. Ich verstehe. Ich habe keinen Empfang. Und auch kein Internet. Wir sitzen hier fest. Und niemand wird uns finden. Ich habe ihre GPS-Koordinaten. Im Bus ist ein Sender versteckt. Sie sind genau dort. Du bist völlig verrückt. Das ist mein Leben. Dann tu, was ich sage. Ich hoffe, er hat den Treibstoff nicht vergessen. Das geht nie im Leben gut. Im Bus war ein Zelt. Und beim Zelt war dieser Zettel. Falls es kalt wird. Die Direktorin. Für wie viele Personen ist das Zelt? Für drei. Wir sind aber mehr als drei. Stimmt nicht. Wir sind genau drei. Drei Erwachsene. Was höre ich da? Sie wollen die Kinder im Freien schlafen lassen? Ja, das will ich. Die frische Luft tut Ihnen gut. Sie haben recht. Tolle Idee. Die Kinder vertragen Kälte besser als wir. Frauen und Kinder zuerst. Das weiß doch jeder. Heißt das, du bist ein Kind? Oder eine Frau? Was sind deine Pronomen? Ich bin ein männlicher Teenager. Okay. Das wissen doch alle. Dann darfst du nicht im Zelt schlafen. Es heißt Frauen und Kinder zuerst. Und nicht männliche Teenager. Papa, lies bitte auch das Kleingedruckte. Hier steht Teenager zuerst. Sind Sie ein Teenager, Herr Kraft? Ich fühle mich wie einer. Gefühle zählen nicht. Alle Erwachsenen müssen draußen schlafen. Ich bin aber kein Erwachsener. Ich liebe Videospiele. Auch alte Menschen spielen Videospiele. Ich bin nicht alt. Ich bin... Schluss jetzt. Das Zelt ist für uns. Wann gibt's eigentlich Abendessen? Normalerweise um 6 Uhr. Wie spät ist es? Es ist Zeit. Sagen Sie es ja nicht. Es ist Zeit, eine Uhr zu kaufen. Wer solche Witze macht, ist hier nicht willkommen. Aber Nina, das war doch nur... Der schlechteste Witz aller Zeiten. Schämen Sie sich. Herr Maske, die Kinder haben Recht. Teenager, nicht Kinder. Die Teenager haben Recht. Zur Strafe müssen Sie das Abendessen vorbereiten. Aber wir haben nichts zu essen. Richtig erkannt. Daher müssen Sie Essen besorgen. Für drei Erwachsene und sieben Kinder. Sieben Teenager. Sieben? Ihr seid aber nur sechs. Er hat Recht. Wo ist Clara? War sie überhaupt im Bus? Ja, sie saß ganz hinten. Vielleicht hat sie einen Bär gefressen. Irgendwas stimmt nicht. Sie haben Probleme. Trainer Deutsch! Was machen Sie denn hier? Warum beobachten Sie uns? Ich beobachte euch nicht. Ich bin nur zufällig hier. Und warum das Fernglas? Ich beobachte wilde Tiere. Ich sag es den anderen. Bitte nicht. Ich will Sportlehrer bleiben. Lassen Sie uns verhandeln. Was können Sie mir anbieten? Hast du Hunger? Ja. Haben Sie etwas zu essen? Ich habe sogar richtig viel zu essen. Komm mit. Ich habe Hunger. Wo bleibt die Maske mit dem Essen? Was gibt es überhaupt? Ich hoffe auf ein saftiges Steak. Und wie wollen wir Feuer machen? Papa, du warst doch einmal Pfadfinder. Was ist ein Pfadfinder? Im Bus war auch eine Angel. Das kann ja nicht so schwierig sein. Es vergehen Stunden. Gleich beißt einer. Das spüre ich. Wo bleibt mein Steak? Meinen Sie ein Fischsteak? Nein, ich hasse Fisch. Ich will Fleisch essen. Tut mir leid. Heute gibt es Fisch. Was benutzen Sie als Köder? Was meinen Sie mit Köder? Er fischt ohne Köder? Was ist ein Köder? Der Köder lockt die Fische an. Wie wollen Sie sonst Fische anlocken? Mit der Angel. Sie ist ganz neu und wunderschön. Fische wollen fressen. Sie müssen mehr bieten als nur eine Angel. Fressen Fische Gras? Kann ich Gras als Köder benutzen? Sie wollen mit Gras fischen? Na dann viel Erfolg! Danke. Wir sehen uns später. Das Abendessen fällt aus. Herr Maske fischt mit Gras. Ich habe aber Hunger. Die Schule muss mich verpflegen. Ich bin nur Sams Vater. Du musst einen Lehrer fragen. Herr Lehrer, wo bleibt unser Essen? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht? Was für eine besch***te Klassenfahrt. Du hast recht. Die Klassenfahrt ist besch***t. Ich will jetzt essen. Ich will Brot, Käse, Würstchen, Oliven. Grüne Oliven? Ist das Ihr Ernst? Ja, warum? Ich mag nur schwarze Oliven. Bitte bringen Sie mir schwarze Oliven. Das kann ich nicht. Dann hole ich die anderen. Magst du Schokolade? Ich akzeptiere Ihren Vorschlag. Dann lass uns essen. Wem gehört eigentlich diese Hütte? Sie gehört dem Alpenverein. Was sind Alpen? Fiese Kobolde, die es nicht mögen, wenn man zu viele Fragen stellt. Schon gut. Ich esse ja schon. Die Alten sind das größte Gebirge in Europa. Der Geografielehrer hat versagt. Wir sollten jetzt wirklich klarer suchen. Maya hat recht. Das Essen fällt ohnehin aus. Ich bin Pfadfinderin. Vicky ist Pfadfinderin. Wir werden doch nicht sterben. Aber warum sagst du es erst jetzt? Ist doch egal. Zuerst finden wir Klara. Und dann geht Vicky jagen und wir essen Wildschwein. Tut mir leid. Ich kann keine Wildschwane jagen. Schade. Was kannst du jagen? Eichhörnchen? Eichhörnchen isst man nicht. Warum nicht? Schmecken sicher lecker. Papa, sei bitte still. Du redest dummes Zeug, wenn du hungrig bist. Ich weiß, Entschuldigung. Da sind Fußspuren. Sicher ein Wildschwein. Endlich gibt es Fleisch. Wir jagen keine Wildschweine. Wann kapieren Sie das endlich? Wildschweinbraten. Lecker. Folgt mir. Da sind noch mehr Spuren. Clara, alles in Ordnung? Zu viel Wurst. Zu viel Käse. Du bist also satt? Ja. Oh nein, da ist jemand. Das sind sicher nur die anderen. Meine Schwester wird mich umbringen. Ich habe versagt. Oh, eine Party. Bitte verraten Sie mich nicht. Meine Schwester will, dass die Klassenfahrt ein Erfolg wird. Dass die Klasse lernt, wie man in der Wildnis überlebt. Ich will nicht Videospiellehrer werden. Ihre Schwester ist verrückt. Ich weiß. Aber was soll ich machen? Ich habe eine Idee. Aber leider haben wir keinen Treibstoff. Ich habe Treibstoff mit. Ausgezeichnet. Also, hier ist meine Idee. Wir essen erst einmal. Betanken den Bus. Fahren zu einem schönen Hotel. Genießen eine schöne Woche. Ich bezahle. Dann fahren wir nach Hause und lügen die Direktorin an. Im Bus ist ein GPS-Sender versteckt. Sie weiß genau, wo wir sind. Wir durchsuchen den Bus, finden den Sender. Und lassen ihn hier im Wald. Na gut, versuchen wir es. Nicht mehr lange. Dann gibt es Abendessen. Fisch für alle. Das Hotel hat sogar einen beheizten Pool. Sie sind der Beste. Danke, ich weiß. Aber ich habe so ein komisches Gefühl, dass wir etwas vergessen haben. Wir waren noch nicht in der Sauna. Genau, das ist es. Es gibt Abendessen. Frischen Fisch. Ich hoffe, ein Fisch reicht für uns alle. Komisch, wo sind sie alle? Ich muss sie suchen. Vielleicht sind sie in Gefahr. Ich bin in Gefahr. Was meinst du, Stefan? Die Klassefahrt ist zu schön. Es besteht die Gefahr, dass ich für immer hierbleiben will. Stimmt, es ist echt schön hier. Aber irgendetwas haben wir vergessen. In zehn Minuten gibt es Kuchen. Stimmt, das war's. Darauf habe ich vergessen. Sie haben auch Donuts. Wisst ihr, wer Donuts liebt? Mein Opa. Ich dachte, dein Onkel. Wo ist er eigentlich? Sicher im Hotelzimmer. Er liebt es, im Bett zu essen. Ich muss sie finden. Vor allem meine Nichte Nina. Die beste Klassenfahrt aller Zeiten. Lass dir den Donut schmecken. Schon komisch, dass mein Onkel immer noch am Zimmer ist. Ach, der kommt schon noch. Ich habe wirklich Hunger. Aber ich muss weiterlaufen. Vielleicht ist ein Bär hinter ihr hier. Wo ist der Bus? Er müsste genau hier sein. Komisch. Was ist das? Sieht aus wie ein Sender. Was hat das alles zu bedeuten? Wurden sie entführt? Alles läuft nach Plan. Sie sind immer noch am gleichen Ort. Mein Bruder sagt, dass alles perfekt ist. Sie fangen Fische. Sie machen Feuer. Sie kochen. Sie lernen zu überleben. Ein unvergessliches Erlebnis. Es wird dunkel. Ich muss Essen finden. Ich habe keine Energie mehr. Mein Onkel war den ganzen Tag am Zimmer. Er braucht vielleicht Ruhe. Naja, so anstrengend ist Fischen nicht. Hat er eigentlich etwas gefangen? Das wissen wir nicht. Wir waren klarer suchen. Und dann sind wir abgefahren. Wir haben ihn zurückgelassen. Wir haben auf ihn vergessen. Diese Höhle ist mein neues Zuhause. Für die nächsten Tage. Für die nächsten Wochen. Vielleicht sogar für immer. Und wer ist schuld? Die Direktorin. Wenn ich überlebe. Wenn ich wieder in der Schule bin. Dann werde ich mich rächen. Eine Rache wird fürchterlich sein. Herr Maske. Sind Sie das? Wer will das wissen? Na, ich Ihre Direktorin. Warum sind Sie hier? Die Eltern machen sich Sorgen, weil es regnet. Ich soll alle nach Hause bringen. Es gibt ein Problem. Die anderen sind verschwunden. Ich bin sicher, sie sind in Gefahr. Die anderen sind alle im Hotel. Sie mussten vor dem Unwetter flüchten. Und warum haben Sie mich hier gelassen? Wir wollten Sie nicht beim Fischen stören. Sie lügen doch. Das würde ich niemals tun. Also, kommen Sie mit? Wohin? Nach Hause? Zurück zur Schule? Nein, ins Hotel. Wir warten, bis das Unwetter vorbei ist. Gibt es im Hotel Kuchen? So viel Sie wollen. Gibt es einen Pool? Es gibt einen beheizten Pool. Worauf warten wir noch? Ab ins Hotel. Herr Maske, ich habe eine wichtige Frage. Ja, bitte? Sie waren in der Höhle sehr zornig. Sie haben von Rache gesprochen. Habe ich das? Ja. Ja, ich habe es auch gehört. Ich zitiere, meine Rache wird fürchterlich sein. Drohen Sie mir. Drohen Sie der Direktorin? Sie haben die Polizei gerufen? Warum ist die Polizei hier? Was meinten Sie mit Rache, Herr Maske? Ich war nur müde und hungrig. Das war nicht so gemeint. Sind Sie bewaffnet? Natürlich nicht. Da ist doch etwas, etwas Gelbes. Stimmt, ich sehe es auch. Hände hoch, aber schnell. Was ist das? Wollten Sie damit die Direktorin verletzen? Das ist nur eine harmlose Quietschente. Die tut nichts. Trauen Sie ihm nicht. Die Ente sieht aggressiv aus. Herr Kraft hat recht. Bitte nehmen Sie ihn mit. Nehmen Sie beide mit. Es reicht. Ich habe genug. So eine sch*** Fahrt. Verhaften Sie mich doch. Ist mir egal. Und Ihre Ente kommt auch mit. Das ist nicht meine Ente. Wem gehört sie dann? Sie gehört mir. Warum sagen Sie das nicht gleich? Sie sind ja gar nicht bewaffnet. Leider nicht. Drohen Sie mir? Ich trage eine rosa Badehose. Ich bin völlig ungefährlich. Gutes Argument. Aber Sie sollten mal mit Herrn Kraft sprechen. Hat er einen Waffenschein für die Ente? Sie haben völlig recht. Herr Kraft, besitzen Sie einen Waffenschein? Für die Quietschente? Nein, es ist nur eine Quietschente. Dann muss ich die Ente mitnehmen. Konfiszieren. Von mir aus. Die kostet 50 Cent im Supermarkt. Das Leben als Polizist ist hart. Hast du das Zeug dafür? Enzo. Ich nenne dich Enzo. Ente mit einem Titel. vu-eleu. ó, Emergency Systems. aufen mm. Das Leben als Polizist Titelbein Game, Wir tun müssen das Verkauf. von deritable Luiburm 15 fünfers. nicht mehr Mir vor allen.